Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und heute geht's wieder weiter mit einer weiteren japanischen Werbung und ich bin nur so schnell, weil ich schon fünfmal aufgenommen habe und jedes Mal die Ansage verkackt habe. Also ich bin auf jeden Fall schon mega hyped und jetzt wieder richtig weirdes Zeug und wir beginnen auf 3, 2, 1, let's go! Ich bin gespannt, was passiert denn heute? BANANA! Warum ist der Schnee? Das ist ein Trockenpattröne! O-ji-san, das ist ein Trockenpattröne! Ich bin ein Trockenpattröne! Das ist ein Trockenpattröne! Das ist ein Trockenpattröne! Das war gut! Sie haben doch keinen Aids! Okay, Katze und Gans! Okay! Hen! I! I! Hen! E-K-O! Tack! Aids! Was gehört? Aids! E-K-O! H-Aids! DAS! BESTER TIER ARZT IN GANS JAPAN! J-KAUT! Aids! BESTER TIERARST IN GANAS JAPAN! Aids! 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 Recruit! Rekrut? Okay, ich dachte jetzt war ne Katzenwerbungssing. Der spreche in der Hund wieder. Mösch, mösch. Jetzt kommt die Kette. Dann kommt die Kette. Mösch, mösch. Mösch, mösch. Mösch, mösch. Mösch, mösch. Das ist wirklich ein Problem. Das ist nicht so. Du bist ein kleinerer. Du bist ein kleinerer. Du bist ein kleinerer. Du bist ein kleinerer. Das ist nicht nur ein kleinerer. Das ist nur ein kleinerer. Aber nur ein kleinerer. Aber auch. Das ist nämlich... Süß! Softbank. Ah, er war ein kleinerer. Du wirst das sicher sein? Was ist ein alten Mann? Was ist da gewesen? Was war das? Das ist wirklich alles so. Wir sind bei der Klinis-Fahrer-Kurikon-Kurikon. Geil. War das jeden Tag. Bist du hättest. Ich bin immer wieder aufgemacht. Das ist immer so. Ist doch nicht alles so. Oho. Oh nein. Was ist hier los? Die Hunde-Polizei. Hä? Okay, ich habe nicht noch bekommen, dass ihr jetzt um Wäsche geht. Aber das ist halt nichts Neues. Geil. Haha, sorry. Okay, Erfischungskaugummi. Hätte ich jetzt sogar zugemutet. Ach du Scheiße, gegen Kakerlaken? Ja! Der Hotsager, in deinen kleinen kleinen Kindern. Und mein Baseball. Ja! Ja! Und es geht um Frischofprodukte. Also Waschmittel und so. Oh, Bier. Sexy Orange. Sexy Orange. Sexy. Das ist geil. Jetzt habe ich richtig Bock drauf. echt auf ein 3ds gibt es sich haben kann man sich mal kaufen Bitte? Bitte? Kann ich dir den Teigern? PlayStation Vita? Nein, wie hast du denn? P.S. Vita ist das nicht so? P.S. Vita ist das nicht so? Es gibt P.S. Vita ist das nicht so, Santa Cruz. Es gibt nichts. Ich kann es nicht so verstehen. Ich kann es mir sicher. Okay, Santa-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San. P.S. Vita? P.S. Vita? P.S.Vita". P.S.Vita. Hallo, na? P.S.Vita. Ja, so bist du? Toll! P.S.Vita? P.S.Vita吗? P.S.Vita. ễ zu schade, ne? P.S.P.S.Varia Kaffeeoh. Alles klar! Ja, man, Leute, das war ja mal geil. Und jetzt, wie ich von euch wissen, denkt ihr, 3DS hat auch eine PAL-Funktion und NTSC, das bedeutet, man kann kein japanisches Spiel auf der deutschen Variante spielen, weil ich hätte echt gern das Spiel. Also ich hätte schon echt gern das Spiel. Naja, ansonsten, welche Werbung davon hat euch am besten gefallen? Dann schreibt sie in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder zusammen und ciao, das japanische Werbung, dann sayonara!